Also, wer will zuerst? Wir! Amina, gib mal her, kriegst ihn gleich zurück. Ich hab's schon immer gesagt, Basketballspieler sind doof! Goof, wie gehen wir? Ihr seid erledigt, Alter! Oh mein Gott, die haben unseren Kuchen zerstört! Mädels, bitte kommt mit uns zum Abschluss bei. Ja, Bubble und ich haben kein Date. Wir werden nicht mit euch gehen. Ihr seid spät dran, ihr Verlierer, die Mädchen haben schon ein Date. Das ist aber euer Pech, okay? Wir sind die coolsten. Wir haben die coolsten Kostüme, eine Banane und eine Ananas. Das klingt komisch. Keine Chance, Verlierer, auf geht's, Mädels, die Party hat bereits begonnen. Tschüss! Dann halt nicht, okay? Ihr könnt nach Hause gehen, okay? Ich werd euch nicht reinlassen. Zutritt ist nämlich nur für Paare. Wir gehen nicht nach Hause. Wir werden noch ein Mädchen finden. Hi, Chuck! Hi, Leute! Oh, Leute, schaut mal! Die haben keinen Zutritt zur Party! Das liegt daran, dass sie kein Mädchen dabei haben. Hey, Leute! Was ist? Das ist's! Das ist ein Mädchen vine manos! Nehm, also dass sie da, die Mädchen dabei�ent constituieren. Untertitelung des ZDF, 2020